Oh je, der Busch ist persönlich. Soll ich ihn vorbeilassen? Oder besser umhauen? Was wird dann aber aus meiner Beförderung? Verdammt! Der Neue aus dem Marketing! Und ich hab mich nicht getrat. Aber noch ist das nicht zu spät. Hör nicht auf die Stimmen. Hör auf monster.de. Monster.de. Das weltweit größte Karrierenetzwerk.